hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von champions of regnum es gab gestern ein paar probleme ich bin wieder clanlos das heißt ja sie haben mich rausgeworfen wirklich rausgeworfen weil ich gesagt habe dass ich jetzt nicht unbedingt so viel spielen muss um jetzt wirklich gut anzukommen im clan und so weiter haben sie mich einfach rausgeworfen scheinbar muss man gut in diesem clan sein deshalb verlieren sie auch 50 spiele innerhalb von einer woche das ist schon ein bisschen komisch aber gut also ich entschuldige mich im namen des freinslosen jetzt aber der clan war halt nie richtig gut es mangelte an einer guten führungsperson der lexirox der war ja selber scheinbar gestern auch anwesend oder so oder auf jeden fall eine der oberen ränge ja ich traue dem nicht nach ich bin eine person die einfach den weg weitergeht der clan war sowieso eher ein hinternis als irgendwie ein vorteil und deshalb bin ich jetzt momentan von ronin also ronin ist der der eigentlich keinen meister mehr hat im kampf sport oder im krieg also im ninjutsu oder so und ja ich fühle mich wieder frei also ich muss jetzt nicht wieder ständig bei euch mitmachen und im ts3 sein ich fühle mich frei also ja wer da ein problem hatte im clan mit mir der ist selber schuld weil ich habe kein problem gehabt ich habe nur meine öffentliche meinung gegeben indem ich gesagt habe dass ich mir nicht so viel mühe machen muss exp booster benutzen muss und so weiter weil 9 euro für 500 xp mehr ist schon ein bisschen zu schwer um das zu verballern und deshalb ja habe ich gestern auch lange noch mit einem vom clan 300 gesprochen und ja habe aber gesagt dass ich jetzt nicht unbedingt in den clan 300 muss sonst komme ich ja noch schlechter an bei den braces die armen und andere wie zum beispiel eiseskater der soul crowd die möchte ich jetzt nicht unbedingt beiträgen weil die recht wenig sind und ich hatte auch noch ein bisschen unterstützung braucht beim kämpfen und so ist klar also damit wäre das gegessen ich habe gestern ein video gemacht mit mich würde aufhören mit youtube das mache ich natürlich nicht aber ich war gestern gerade ein bisschen deprimiert wegen dass die leute immer ein problem haben mit mir ist natürlich schon ding also das video habe ich wieder weg gemacht weil ich ja sowieso kaum unterstützung erhielt es ist ja klar niemand unterstützt jemand der gerne weg gehen würde und deshalb dachte ich mir ja ich lösche das video wieder und tu einfach auch wieder ein paar videos auf youtube bringen wie viel weiß ich nicht dass er sich eins pro tag wahrscheinlich immer nur champions zur frecknung oder entweder minecraft noch dazu oder einfach nur minecraft je nachdem wie es auch euch so mit der unterstützung geht ihr müsst mich nicht unbedingt so viel unterstützen nehmt euch auszeit oder lasst es halt liegen aber ich bin überhaupt nicht irgendwie abhängig von solchen zahlen aber was ich einfach abhängig ist dass es mal ein bisschen ding hat sehr kurz ein unterbrock sorry dass ich da einfach einfach die unterstützung brauche weil halt die leute so leicht trollen können so wir gehen zum weihnachtsmann scheinbar habe ich da noch nicht so alles mit der quest gemacht und es wiederholt sich einfach schauen wir mal kurz ja leider ist gerade nichts los hier das ist klar es ist auch schon wie die stepphans tag ja 26 dezember die zeit vergeht ja ich habe ja auf jeden fall gut erholt und ja ich bin ja einer der sich eigentlich nicht um die dies gleich stört aber nein muss einfach den ganzen klaren dazu bringen mich zu dies liken es sind nur fünf dies likes gewesen und er dachte es sei ein barbo oder so und drei hat mich der abonniert wo sind die anderen zwei habt ihr mich auch der abonniert ich weiß es nicht aber auf jeden fall ja es ist natürlich schon merkwürdig merkwürdig jetzt muss ich 3l grinch also grinch töten ok kennt ihr grinch aus aus dem real life so richtig ich kenne das nur aus dem aus den filmen oder so das ist irgendwie ein grüner kobold der den weihnachtsmann überfällt oder so ich bin nie religiös wissen also die religionen machen mir nicht so viele gedanken weil die meisten hatte relativ flach sind also ja nicht böse also nicht böse gemeint aber einfach zu wenig glaubwürdigkeit besitzen für mich als intelligenter mensch und ja das ist es war einfach dass ich da mich nicht auskennen weil ich mich nicht so interessiert über diese religion weil in amerika ganz anderes christentum ist als in der schweiz in der schweiz haben wir christkindl und ähm ja der santer oder nein der nikolaus am nikolaustag am 6. dezember und nicht am 24. dezember genau und dann gibt es noch den schmutzli das ist sozusagen der böse kollege von ihm der die kinder verhaut weil wenn sie unartig sind das war früher noch etwas heutzutage dürfte man das nicht mehr finden aber das ist immer noch ein ding das böse dreimal mit dem rutenteil also mit diesem besen auf die hand bekommt auf die oberhand und ähm dann äh ja noch ein paar nüsse bekommt anstelle von mandarinen und so weiter einfach krass so wir wollen uns spieler anschliessen deshalb gehen wir zurück zum bind oder nach ackersburg der weihnachtsbaum der hier eigentlich jedes mal ist habe ich schon gefunden also müsste ich ja nicht mehr hier schauen oder hier oben also und ähm ja ich habe jetzt viel mehr bock jetzt auch wieder auf minecraft champions zur verregnung auch in minecraft habe ich natürlich mehr bock aber das ist ein anderes thema es motiviert mich einfach sehr wenn ich auch mal ein bisschen auf die schnauze bekomme das sind halt kleine kinder die einfach meinen sie wären irgendwie intelligenter als ich weil ich äussere mich halt relativ intelligent und wenn sie dann merken ich habe mehr druck ich kann das gespräch auf meine seite drehen oder hab schon von anfang an auf meiner seite dann haben meisten leute probleme und mit dem müsst ihr halt umgehen weil ihr ja ein let's play schaut weil das relativ öffentlich ist also die halt öffentlich das anschreiben also mitteilen da habe ich halt auch nicht so viele chancen so lange in einem clan zu sein wenn irgendwelche probleme gibt in einem clan weil ich bin nicht der einzige den sie verkrault haben ich wäre sogar selbstständig rausgegangen vor allem wenn ich nicht befördert worden wäre lol der Doktor der Doktor wenn du das aufgeholt hast er ist aufgeholt er ist aufgeholt der Doktor der Doktor soll ich ihn verhören ich tanze vor ihm genau ich tanze ein bisschen vor ihm Ich bin der Kuster, du bist das nicht. Nein, also nur ein Scherz. Viele denken so, ja, ich mach so, ich mach das ernst. Aber vieles ist halt auch ein bisschen, ja, man merkt einfach, dass man nicht so viel Lustiges machen kann. Viele Spiele sind einfach sauer auf irgendwas, vor allem aufs Spiel oder bored, also richtig gelangweilt. Und wenn ich dann halt manchmal ein bisschen Witze mache oder so, ein bisschen Emotion zeige mit diesen verschiedenen Ausdrücken, dann sind die meisten Spiele völlig aggro auf mich. Und das ist natürlich etwas, ja, was natürlich nicht so viel Gutes tut. Und deshalb bin ich jetzt eher manchmal auch ein bisschen passiv gegen andere Leute. Und nicht offensiv, weil der Gescheitere gibt nach. Ich weiss, es kommt nicht alles immer gut an, wenn ich ja so professionell rede, halt ein bisschen egoistisch rede, aber ich bin nicht egoistisch. Ich will allen etwas Gutes tun und wer ein Problem mit dem hat, der muss es halt einfach nicht machen. Also der muss sich lieber zurückhalten. Man stelle, ja, dann darfst du auch gerne sagen, du mach jetzt nicht so auf oberguter Mensch. Also auf Professionalität. Aber das ist mein Leben. Mein Leben ist schon immer ein schwierigeres. Deshalb bin ich ausdrücklicher als andere Leute. Sag meine Meinung. Und hab da manchmal dann einfach Probleme. Weil die Leute einfach ihre Meinung rausdrücken müssen. Und nicht merken damit, dass sie einfach auf die Eier gehen. Und so weiter. Und halt mich zum Beispiel auch nerven, weil ich halt auch eine Meinung habe. Und, ja, ist halt einfach so. Das Spiel ist jetzt nicht unbedingt eben das Beste. Da hat man manchmal schlechte Tage. Der Entwickler macht ja kaum etwas gegen die Bugs und alles, die ich ins Team-Bibliothek alle poste. Oder, ja, ich habe zum Beispiel Bilder eingeschickt oder wollte Bilder einschicken bei Braces. Alle meine Kommentare wurden dort gelöscht. Die Bäder wurden wahrscheinlich gar nicht gesehen oder angenommen. Und, ja, wieso sind die Menschen so weich? Also, ihr müsst einfach euch ein bisschen anstrengen halt manchmal. Es gibt schlechte Zeiten. Das ist es einfach so. Aber zum Beispiel mich stärkt es. Und deshalb fühlen sich wahrscheinlich alle Leute so ein bisschen bedrückt und sagen dann, ich sei egoistisch. Und ich würde nur auf mich schauen. Nein, ich schaue auf alle. Ich schaue sogar auf Leute, die ich nicht kenne. Aber, ja, wenn man mich unterdrückt, drücke ich zurück. Ich überdrücke euch, wenn ihr mich unterdrückt. Also, ich tue einfach mich wehren. Und wer ein Problem hat, dass ich mich wehre, ja, der muss halt das auch annehmen. Oder einfach ablehnen. Aber scheinbar können viele Rechnungsspieler halt jetzt momentan nicht viel abnehmen. Mal ein bisschen loslassen. Immer nur die Energie raushauen und mich beleidigen und andere beleidigen. Naja. Es ist halt schwer. Viele Leute hören auf. Oder, ja, gehen nicht mehr aus den Clans. Und lieber alleine sein zum Beispiel. Hocken die ganze Zeit am Bind oder sonst irgendwas. Wenn ich online bin, dann bin ich kaum im Bind. Nicht da eine Minute. Ich mache immer etwas. Aber viele Menschen, viele Zocker können das nicht mehr machen. Es ist einfach, ja, voll, voll halt. Ihr macht damit nur Schlechtes. Wenn ihr zeigt, dass ein Game keinen Spaß macht. Oder euch dann zwängelt, irgendwie, ja, weinerlich irgendwas preisgebt. Also ein bisschen. Sag, hey, das Spiel ist bald. Und so. Ich mag das Spiel nicht spielen. Damit macht ihr einfach euch selber schlecht und nicht die anderen. Also ich hoffe jedenfalls, dass viele nicht da einspringen und dann sich auch gelangweilt fühlen und so weiter. Lol. Wo? Hä? Hä? Jetzt hier. Das ist doch kein Angriff hier. Manni? 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 Lebst du nicht? Manni ist kaputt. Das Tor ist kaputt. Ich weiss nicht. Wir gucken mal. Wir haben Zeit. Es ist niemand hier. Ja. Ja. Und ich schaue, dass ich auch weniger arrogant mache. Weil es bringt überhaupt nichts. Ich werde auf Gespräche wie, oh du bist Köcke und du so gar nicht mehr anspringen. Ich habe das gemacht, damit ich einfach auch ein bisschen... Ja, aber wo bist du jetzt denn? Zeig dich. Da oben, hä? Ja, das ist ein Machtgeist, stimmt. Wo ist er denn? Ist das ein Jäger? Ah, da. Elle. Hallo Elle. Die habe ich schon ein paar Mal heute getroffen. Ich bin noch nicht lange online. Also so eine halbe Stunde oder so vor eurem Ding. Ja. Vor allem dem Partbeginn. Aber gut. Also wir müssen raus. Wir gehen hinten raus. Und gucken noch ein bisschen an der Mauer vorbei oder so. Was ist das? Ah, ein Schädel. Äh, wo ist das Tor? Was ist da oben? Die Falltür. Gehen wir lieber hier raus. Aber schön, das eine da, das fort. Schön bin da. Ja. Wie der einnehmen kann, das ist cool. Oh, das sind die anderen hinten raus. Hm. Ja, als Babar wird es dann noch mehr Spaß machen. Ich werde sicher dann irgendwann den Babar auch weiterspielen. Wenn ich dann Items habe für den Babar. Der macht sich momentan ein bisschen schwer mit Level 49. Ihr könnt gerne eben wählen, immer ständig wählen, was ich zocken soll und so weiter. Mir geht es jetzt nicht unbedingt um gut zu sein im Spiel. Das habe ich gestern im Clan auch gesagt. Die haben irgendwie Probleme damit gehabt. Sie hätten gerne einen wie mich, vertreiben ihn aber. Wo hat es da Sinn? Das macht keinen Sinn. Es ist halt schade, dass die Leute so kotzig, toxisch sind, dass sie, ähm, ja, falsche Dinge tun. Und so weiter. Aber gut. Ich bin nicht böse auf Braces. Braces ist böse auf mich. Ohne Grund. Ich habe irgendwie das Gefühl, Braces macht sich selber halt diese Mühe. Und da möchte ich einfach, ja, so wenig wie möglich damit zu tun haben. Die sollen ihren Weg gehen. Ich gehe meinen. Aber, pff, gut. Ich habe ja gestern auch im Livestream gesagt. Im Livestream ist das übrigens passiert. Könnt ihr gerne auch anschauen, wie sich das entwickelt hat. Ich habe wirklich nichts Schlimmes gemacht. Dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was denn so schlimm war. Aber ich glaube, die meisten, die nicht im Clan sind, äh, ja, sind auf meiner Seite. Weil es halt einfach, ja, nicht meine Schuld war. Ich habe nur gesagt, dass ich nicht immer die ganze Zeit online bin. Ja. Meistens auch nur eine Stunde online bin, weil es momentan halt echt nicht so viel Spaß war. Aber dann mich aus dem Clan kicken, alles löschen, alles blockieren. Und das können sie. Seid ja so liebe Menschen. Stellt euch mal vor, wie ihr Probleme bekommt, wenn ihr das irgendwelchen großen Menschen machen würdet. Also, ja, ist natürlich, äh, toll, dass ihr das einem relativ geringen Menschen machen könnt. Einen Menschen, der halt eben auch ein bisschen sensibel ist. Aber das ist genau das, was bei mir nicht funktioniert. Ich bin zwar sensibler auf emotionale Sachen, aber das hat mich stärker gemacht. Und deshalb bin ich gar nicht mehr sensibel, sondern eher wie eine Wand. So eine richtige Wand. Mich können Leute tausendmal beleidigen. Ich würde nix, auch gar keine Emotionen zeigen. Und das haben, da haben viele Menschen scheinbar auch ein bisschen ein Problem mit mir. Dass ich einfach wie ein harte Steinbinder austeilen kann. Der zurückfliegt, wenn man ihn wirft. Und, ähm, ja. Deshalb bin ich jetzt momentan, weil ich auch Champions of Regnum zocke. Ein bisschen halt immer in Rücklage. Das hat viele einfach ein bisschen genervt sind über mich. Aber okay. Also, ich denke, ich werde hier noch zu den Orcs gehen und schauen, ob ich die jetzt langsam kehren kann. Äh, das sind immer noch Orange. Mal schauen, ob wir jetzt bald sterben, weil hier ein paar Wals, äh, Regen herumlaufen. Ah, diesen Namen immer. Ja, ja. Heutzutage muss man halt immer perfekt sein. Namen richtig aussprechen und so. Weil ich sehe es in den grossen YouTubern, die machen sich echt Mühe. Die reden gar kaum mehr. Konzentrieren sich mega, reden relativ langsam. Damit sie keine Fehler machen. Weil wenn sie einen Fehler machen, bekommen sie Dislikes. Weil sie einen kleinen Sprachfehler haben. Und auf diese Masche springe ich gar nicht auf. Weil ich habe ein Aufmerksamkeitsdefizit. Hypersensibilitätssyndrom. Also, ja. ADHS. Und das macht auch, dass ich Namen nicht so gut sortieren kann. Dass ich mal Igge, äh, dass ich mal Alice, sondern Igge sag und so weiter. Und wer damit ein Problem hat, der macht halt irgendwas falsch im Kopf. Weil, ja. Solche Sachen haben nichts mit Intelligenz zu tun. Solche Sachen haben einfach mit Konzentration und mit, ähm, mit dem Aufmerksamkeitsdefizit Zeugs zu tun. Und, ähm, ist so. Aber, ja. Das ist meistens eher dann, wenn man sich viel konzentriert auf irgendwelche Sachen. Wie zum Beispiel jetzt gerade, ähm, überlegen, was ich jetzt reden soll. Und so weiter. Viele Überlegungen im Kopf sind. Also, sie sind gelb. Ich könnte ein paar töten. Ja, sie verlieren relativ wenig Leben. Ja, ich könnte die Quest aber beenden. Ah, Irritation bringt bei denen nicht viel, hä? Ja, offensichtlich Kräfte haben sie nicht. An Kriegssiegel. Okay. Ich hab halt den Schadens-Buff nicht. Äh, wie heißt er? Ich gehe mal hier hin. Man macht das mit dem Pet, wenn ich den Pet gespielt habe. Ja. Die Quest kann warten, die gibt es also nicht. Viele XP, glaube ich. Also schon, aber für, für, dass man sie auf Level 41, glaube ich, bekommt. Sind die Hawks noch ein bisschen sehr stark. Also, als jetzt erst gelb sind wir Level 45. Dann sind sie ja, ja, rot, glaube ich. Auf Level 41 oder orange. Auf jeden Fall auf Level 43, 44 habe ich hier auch nachgeschaut und die waren orange. Also könnten sie rot gewesen sein bei Level 41. Bei Level 42 wahrscheinlich schon orange. Magische Käfer. Ich suche gerade blaue Mops, die ich zähmen könnte. Weil der Troll ist langsam ein bisschen schwach. Bekomme ich eigentlich hier Damage? Schatz, hier Wachen von Ignis. Ich glaube, ich mache noch eine Weltreise, um Weihnachtsbremse zu suchen. Aber das ohne euch. Es ist nur ein Einwohner hier. Okay. Okay. Dann beenden wir hier den Part so schön. Ach ja. Und dann, ja, herzlichen Dank fürs Schauen, fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Und ja. Der Baum ist so süß. Viel Spaß noch bei dem. Tschüss.